Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum geilsten Programm auf dem ganzen Markt. Und zwar möchte ich euch heute kurz zeigen, was es bringt, wenn man einfach ein bisschen Vertrauen in sein eigenes Business setzt und auch darauf setzt, dass es weiter geht in dieser Geschichte. Ich habe in den letzten Tagen mit einigen Leuten geschrieben, geskypt und auch telefoniert und viele Leute sind verunsichert wegen dieser ganzen Geschichte, wegen Paypal und so, weil die das Geld eingefroren haben. Und anstatt, dass sie sich mal die Zeit nehmen und sich da wirklich professionell informieren und feststellen auch, dass das nichts Neues ist, was Paypal da macht und dass das einfach das Risiko ist, wenn man mit Paypal arbeitet, weil Paypal das sehr gerne macht mit diesen Einfrierungen von Kundengeldern. Ja, jetzt viele Leute, ja und ich warte jetzt mal ab und schaue mal nach und so. Und das Ganze, obwohl sie erst sehr, sehr wenig Packs haben und immer noch im Aufbau sind, trotzdem jetzt hier abwarten. Leute aus meiner Sicht heraus, völlig, völlig verschwendete Zeit, bleibt aber jedem selber belassen. Also ich gehe nicht hin und mache hier irgendwelchen Druck, ganz im Gegenteil, sondern ich will euch einfach zeigen, dass es definitiv der falsche Weg ist, weil im Moment Traffic Monsoon geht richtig ab. Also alle, die ihr Vertrauen in Traffic Monsoon beibehalten haben, kann jetzt hier schon wieder ein Pack kaufen. Ich bin jetzt aktuell, glaube ich, bei Nummer 6 oder Nummer 7. Ich habe aktuell 130, 131 aktuelle Positionen. Kaufe jetzt mit euch zusammen Nummer 132. Ne, das geht ja jetzt nicht. Jetzt bin ich schon wieder zu spät dran, weil wir ja schon wieder in der vollen Stunde sind. Das bedeutet, die Auszahlung fangen schon gleich wieder an. Ist aber ein sehr gutes Zeichen. Wir wechseln jetzt extra zu dieser Ansicht und ihr seht, von 53 hat das Ganze schon wieder einen Sprung gemacht auf 58. Und ich möchte euch hier einfach zeigen, wie richtig geil Traffic Monsoon läuft, weil es ist einfach mit Abstand das geilste Business aktuell. Aktuell auch die Zahlung, die Auszahlung laufen wieder instant. Alles ist sofort auf dem Konto, wenn man es auszahlen lässt. Traffic Monsoon, absolut genial. Wir gehen jetzt hier nochmal auf Aktualisieren. Wir sind schon bei 61 Dollar. Und vergesst nicht, also aktuell wären es im Normalfall 130 Dollar am Tag, was diese Packs hier bringen würden. Im Moment sind es wesentlich mehr. Das sind einiges mehr, was diese Packs hier bringen. Also ich kann euch das zeigen. Merkt euch hier diesen Stand 6106. Wir gehen mal schnell hin und schauen mal bei den aktiven Packs nach. So, also wir haben hier gekauft, heute der 4. März natürlich. 4 haben wir gekauft. 5, 6. Nummer 6 jetzt schon. Normalerweise könnte ich maximal 3 kaufen. Mit diesen, mit diesen Anzahl Packs. Bin jetzt aber schon auf der doppelten Menge. Und es ist noch nicht vorbei. Wir wechseln jetzt nochmal zurück in die Ansicht. Und schauen nach. Wir sind bei 64 Dollar. Und das macht halt richtig Laune. Also ich habe jedem geraten, Leute, baut hier auf. Sieht zu, dass ihr hier weiterhin eure Packs aufstockt. Und weiterhin aufbaut. Und ihr wisst, wie es ist mit einem Ratschlag. Entweder man befolgt ihn. Oder man befolgt ihn halt nicht. Ich vermute jetzt mal schwer, dass da gewisse Leute sich noch ein bisschen in den Popo beißen. Ihr seht ja schon 69 Dollar. Und das Ganze ist noch nicht fertig. Also die Auszahlungen, die laufen bis ca. 21.05 Uhr. Also ca. 2 Minuten wird da noch, wenn man noch Geld drauf gebucht. Ich liebe diese vollen, zur vollen Stunde einloggen. Ich liebe das richtig. Ich finde das richtig geil, wenn man so dem Geld zuschauen kann beim Anwachsen. Macht richtig Laune. Ihr seht, schon fast 71 Dollar sind wir jetzt. Das ist absolut, absolut geil. Ich stehe wirklich, absolut. Ich kann es nicht anders sagen. Ich stehe wirklich drauf. Macht sowas von Laune, dem Ganzen zuzusehen. Ja, man kann jetzt diese Welle hier richtig genial mitnehmen, um seinen Aufbau zu fördern. Macht richtig Laune. Ich vermute mal, dieser Flow, der jetzt gerade herrscht mit diesen Packs, diese aktuellen Auszahlungen, die gerade im Moment so gut laufen, das wird nicht ewig anhalten. Es ist auch eine Frage, wie lange es anhält. Aber auf jeden Fall ist es ein richtig geiler Bonus, um den hier mitzunehmen und hier seine Packs aktuell aufbauen zu können. Weil wenn Paypal dann das Geld wieder rausrückt, wird das hier wieder ein riesengroßes Ding geben, das einfach richtig, richtig Laune macht. Ihr seht schon, 74 Dollar und ja, es ist Wahnsinn, oder? Also ihr seht es selbst. Ich wollte, dass ihr das wirklich seht, was für ein riesen Wachstum das hier herrscht. Mit diesen gerade mal, ich sage jetzt mal nur 131 Packs. Und das ist schon, das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Also ich stehe sowas von drauf. So, was haben wir noch? Kommt noch was? Jawohl, wir sind noch nicht fertig. Und von daher gesehen, muss ich wirklich sagen, ich liebe Traffic Monsoon. Und es bewährt sich nach wie vor, hier einfach auf Charles, auf Traffic Monsoon, in dieses geniale System zu setzen und hier einfach aufzubauen, die Werbung richtig zu nutzen und hier richtig genial Geld verdienen zu können. Absolut sensationell. Wahnsinn. So, schon wieder ein Stück weiter. Die Auszahlungen laufen immer noch, obwohl wir schon 21.06 Uhr haben. Ich versuche jetzt mal einfach ein Pack nachzukaufen. Ich weiß nicht mal, ob es schon geht. Doch, es geht. Perfekt. Dann gehen wir gleich hin und kaufen uns ein Pack. Das ist natürlich richtig cool. Ihr habt es jetzt selber gesehen. Das bedeutet, in einer Stunde kann ich mir hier schon wieder mein nächstes Pack kaufen. Und bin dann aktuell schon bei 133. Gut, ich wollte euch einfach hier diesen kleinen Einblick nicht verwehren und euch einfach zeigen, dass sich Vertrauen und grundlegend, dass man, wenn man sich tiefgründig informiert über ein Business und auch wirklich dran glaubt, an den eigenen Erfolg und das eigene Business, dass es dann wirklich Berge versetzen kann. So, ich freue mich, euch bald wieder zu begrüßen im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, haut rein Leute. Bis bald. Tschüss.